Martin Hinteregger, dabei, dabei, für die Tiramina! Zum ersten Mal Fußball 2000. Wir haben es endlich geschafft. Der wunderbare, einzigartige Martin Hinteregger ist bei uns. Das ist das Interview. Hätten wir Fragen vorbereiten müssen. Abonniert doch den Kanal Fußball 2000. Und drückt die Glocke. Wie war es denn jetzt für dich? Für mich? Überraschend. Für mich! 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 Wusstest du es wirklich nicht? Nein. Ich habe gehört, dass es eine Überraschung gibt. Wir haben nicht in einem Hobby gesehen mit den Shirts. Wir sind extra vorbeigelaufen an der Seite. Wir haben nicht gesehen und wir hatten so Angst tatsächlich, wir haben gedacht, okay, jetzt ist die ganze Kirche vorbei. In der WhatsApp-Gruppe ging es hin und her, keiner in die Lubbikum kommt, keiner in die Lubbikum. Eine Sache muss man erklären, du hast gerade auf der Bühne gesagt, freut mich, dass Sie hier sind jetzt. Wir haben uns übrigens überhaupt noch nie persönlich gesehen, das ist eigentlich traurig, aber vielleicht auch gut, sonst wären noch mehr Videos entstanden. Was genau meinst du damit? Kennst du uns besser als wir denken? Ja, ich habe, ich schaue doch immer wieder eure Videos an und der Basti sagen wir mal, das könnte gefährlich werden. He knows. Eskalation 2000, sage ich dir. Ich glaube allgemein, ich denke, Basti passt da gut rein in die Gruppe und so, könnte gefährlich werden. Aber du weißt, da haben wir natürlich noch ein kleines Präsent für dich. Achso. Ja, natürlich, danke. Na klar. Sieht schon eigentlich fast ein bisschen getragen aus, Mensch, woran könnte man sagen? Gleich solltest du es nachher waschen, aber es ist auf jeden Fall jetzt rein. Es ist frisch, es ist aus der neuesten... Neuste Kollektion. Neuste Kollektion. Neuste Kollektion. Machst du drauf aus? Ich bin in der Hotelbar rechts irgendwo. Einer hat noch gesagt, guck mal, Slowenien führt hier. Zusammenfassung haben wir gesehen. Ein Punkt noch gegen Nordmazedonien. Ich kenne mich aus. So. Aber wenn man es gegen den nicht schafft. Aber gut. Jetzt müssen wir jetzt erst mal wieder Freitag vorbereiten. Das ist wichtiger. Ja, auf jeden Fall. Da gibt es einiges gut zu machen. Grüße an 6.1. Aber gut, ich würde sagen, lasst uns weiterfeiern, oder? Ja. Oder? Bitte. Super. Vielen Dank. Unseren ganzen Trip nach Wien, den seht ihr in anderen Folgen. Da oder da. Es kommt alles noch. Sehr, sehr viel Material. Sehr, sehr viel Material. Sehr, sehr viel Material. Zum Glück haben wir die Cutter dabei, dass wir uns mitmachen. Die Cutter-Szene ist da. Die Cutter-Szene in Frankfurt schnell alles raus. Hallo. Drückt die Klocke. Oh Gott. Vielen Dank, mein Lieber. Es hat mich sehr gefreut. Wunderbar. Wie gesagt, wir sehen uns vielleicht nachher nochmal.